ich sag hallo willkommen zurück zum let's play Fallout 4 ich sag erstmal die Zuschauer im Stream und auch die Zuschauer auf YouTube die sich die Folge anzahlen gucken. Wir sind im letzten Part stehen geblieben, wir haben im letzten Part Kellogg getötet und jetzt haben wir ein paar neue Quests bekommen die wir heute alle versuchen ein bisschen abzuarbeiten das sind ein paar Quests, ich sag mal drei, vier, fünf, sechs, zehn Quests, na neun sag ich mal, von denen wir die beiden auf Engliff noch nicht machen werden aber wir machen jetzt erstmal die Quests mit der Bruderschaft weiter und sagen, dafür müssen wir jetzt bereit zu Add and Some Maxen gehen das heißt der auf der Frequent dann gehen wir auch mal raus Kommandodeck Ja ist die Morde schon ein bisschen mehr Weiterell Schrauben Schrauben Ja Schrauben Schrauben Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay, jetzt können wir den Flughafen Bosnien errichten. Aber ich würde sagen, wir haben unsere Staffel unserer Sachen hier. Okay. 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 So, jetzt wollen wir mal gucken, ob das jetzt wieder klappt. So, erstmal den Zuschauer, der gerade reingeschaltet wird. Okay. 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 So, now we go. Okay. Okay. Ja, wir schicken Kate erstmal kurz nach Sanctuary. Okay, we're having the logic undone. Okay. 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 Vielen Dank. Okay. Oh, war das für Katze? Oh, süß! Ich habe eine Katze. 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 Okay. Okay, ich habe gerade nur ganz hoch gebraucht. Ich habe noch eine Versanzgaben. Okay, ich habe noch eine Versanzgaben. Okay, ich habe noch eine Versanzgaben. Okay, ich habe noch eine Versanzgaben. Okay. 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 Now that's all. Dann würde ich sagen, wir gucken mal, was Älteste zum Maximum für uns betrifft. Wir machen eventuell noch die erste Quest, aber ich würde sagen, dass Blubura schafft. Dann geht es mal wieder an die Sachen. Öl. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Every time we can open up what's look. So. 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 So.